Hallo und herzlich willkommen bei Ab und Raus, Ihrem Reise- und Gesundheitsmagazin. Ich bin Ute Engels. Wer Ferien in Florida macht, der wird oft feststellen, dass es sehr schön sein kann, hier ein eigenes Feriendomizil zu besitzen, sei es nun ein Haus oder eine Wohnung. Und wenn man dann näher recherchiert, stellt man sogar recht schnell fest, dass das Kaufen oder auch Bauen hier deutlich preiswerter ist als in Deutschland. Wenn man dann noch etwas genauer sich erkundigt und denkt näher über das Bauen, über so eine große Distanz nach, dann stellt man sich schon die Fragen, ob und ja, mit welchen Risiken das verbunden sein kann. Genau dieser Frage sind wir für Sie nachgegangen, und zwar hier in Sarasota, der Kulturhauptstadt von Florida. In Florida wird wieder gebaut. Die Zeiten, in welchen eine Flaute herrschte, sind vorbei. Die ist genauso vorbei wie die Zeiten der Superschnäppchen, die man bis vor kurzem noch ergattern konnte. Sold heißt es immer öfter. Das bedeutet nicht, dass Florida ausverkauft ist. Das bedeutet vielmehr, dass man in Regionen wie Sarasota einen deutlichen Aufschwung bemerken kann. Die Nachfrage nach Immobilien steigt. Besonders aus Deutschland kommen viele Anfragen, und zwar von Gästen, die einst als Urlauber herkamen und nun ein eigenes Feriendomizil kaufen oder sogar bauen wollen. Deutschstämmige Makler wie Rudi Weiß sind Ansprechpartner. Wir haben das richtige Netzwerk von Architekten und Bauunternehmern für jeden Kundenwunsch. Baut er am Wasser, baut er in der Golfkurs-Community oder baut er einfach für sich auf einem kleinen Grundstück. Bauen in Florida ist ohne richtige Beratung kaum denkbar. Bis ins kleinste Detail organisiert Rudi mit seiner Kollegin Gabi alles, was mit dem Bau zu tun hat. Ja, das Thema Beratung steht bei uns zunächst im Vordergrund, das Fachchinesisch, die Sprachhürden, auch das Fachchinesisch, wir kennen es aus dem Deutschen schon, im Englischen vielleicht noch ein bisschen dramatischer. Wir überspringen all diese Hürden für den Kunden, erklären alles und bringen damit eine Seriosität in den Abschluss. Wer hier in Florida die Art und Weise des Bauens verfolgen konnte, dem ist klar, dass es ohne fundierte Hilfe nicht geht. Viele Interessenten wollen ein gebrauchtes Haus kaufen. Auch bei den Umbauten sind Gabi und Rudi wichtige Ansprechpartner. Sie bringen ihre jahrelangen Erfahrungen in der Branche ein. Ja, da haben wir uns inzwischen ein kleines Team zusammengestellt, das uns dort behilflich ist. Wir haben einen sehr versierten Mann an unserer Seite für unsere Hausverwaltung, der André mit seiner Firma, der deutsch ist und mit deutscher Gründlichkeit solche Projekte angeht. Die Bauarbeiten dieses Projektes konnten täglich live verfolgt werden. Ja, wir bieten einen ganz neuen Service hier an, gerade für unsere europäischen Kunden, die hier neu bauen. Wir installieren eine kleine Webcam, damit er 365 Tage im Jahr sein Grundstück sehen kann, Tag und Nacht. Mit dieser Idee und dem Angebot heben sich die deutschen Makler von Charity & Vice vom Markt ab. Von der hier gezeigten Grundsteinlegung bis zum fertigen Haus verging nicht einmal ein Jahr. Dieses Objekt ist jetzt für 1,9 Millionen Dollar am Markt. Der Stil des Hauses erinnert an eine Kombination von Westindien und Key West Style. Es befindet sich nur drei Minuten vom Stadtkern von Sarasota und liegt direkt am Intracoastal Waterway. Für Menschen, die gerne den Kontakt zur City haben, gerade richtig. Auch für die, die mit dem Boot gleich durchstarten möchten, ein exzellenter Platz. Da die Anfragen für gute Immobilien in Sarasota ständig steigen, wird auch dieses Haus bald einen neuen Besitzer haben. Doch bauen ist nicht alles. Die Beratung durch Rudi und Gabi gehen weiter. Auch dann, wenn das Haus fertig ist. Wir kümmern uns darum, wenn er ein Bankkonto öffnen will, wenn er das Haus gebaut hat, abgenommen ist, dann möchte er vielleicht auch noch ein Auto hier in der Garage stehen haben. Auch da sind wir behilflich, letztendlich bis zur Autoversicherung. All diese Dinge gehören bei uns selbstverständlich dann zum Service dazu. Einfache, englische Sprachkenntnisse genügen oft nicht, um zurechtzukommen. Für mich war immer sehr wichtig, eine Betreuung in meiner eigenen Landsprache zu haben. Dadurch sind wir natürlich auf deutschsprachige Makler gekommen. Die Betreuung war super toll. Wir haben also vom Hauskauf über die Einrichtungen, über Arbeiten am Haus, alles über Rudi und Gabi abgedeckt und funktioniert auch noch nach zwei Jahren wunderbar. Spätestens wenn es um Bankgeschäfte geht, ist es wichtig, Profis zur Seite zu haben. Das Gleiche gilt auch für Versicherungen aller Art oder Fragen zur Emigration. Das Spektrum ist groß. Wenn die Leute einkaufen wollen, bekommen sie von uns die Tipps, wo sie hingehen. Und dann, wenn natürlich die Englischkenntnisse nicht ausreichen, gehen wir dann natürlich auch oft mit. Und dann wird mit den Leuten eingekauft oder wir gehen mit zur Bank und eröffnen, helfen beim Bankkonto eröffnen. Also es geht, also manche Bereiche sind mehr Babysitting als Hausverkauf. Die deutschsprachigen und in Florida zugelassenen Immobilienspezialisten sind angesehene und vielfach ausgezeichnete Partner für den Kauf und Verkauf von Immobilien. Sie verfügen über ein umfangreiches nationales und internationales Netzwerk und kooperieren mit ausgesuchten Experten-Teams.